Wir können uns wieder selbst bewegen. Das ist man natürlich nicht gewöhnt, weil wir bewegen uns ja normalerweise sehr selten selbst. Hier passiert schon wieder etwas lauter Fallen hier. Das ist nicht ganz so angenehm. Okay, wieder selbst bewegen. Aufpassen, sicher passiert wieder irgendetwas. Wir wollen nicht nochmal sterben. Die Maske schützt meine... Die Maske schützt meine wahre Identität. Das wirst du nur nicht schaffen, liebe Wiki. Denn wir sind einfach besser und außerdem sind wir das Gute. Und das Gute gewinnt immer. Oder zumindest fast immer. In dieser Sache gewinnt auf jeden Fall das Gute. Batman gewinnt doch immer. Das geht ja gar nicht anders, ist ja klar. Und da ist er, Alfred. Oh je, das sieht nicht gut aus. Oh je, oh je, oh je. So viele... Das nennt man Mitgefühlen. Kompassion, Vicky. Something you seem to know very little about. Sounds like Deflection to me. There's more here than you're telling. It makes me wonder. Do you really care? Only one way to find out. Alter, lass ihn jetzt endlich in Ruhe. Du Miststück. You've seen my true self. Your turn. Prove that you can. Take off your mask. Let me see the man you really are. Na, wir nehmen die Maske ab. Warum denn nicht? Now I understand. As Batman, you can pray upon the weak, the defenseless, just like your father did. A true, Wayne. There's nothing heroic about you. I can't change what happened in the past. I would have fought for you, Vicky. No one should have to suffer the way that you did. You don't know how I suffered. But you will. I'll show you, what Thomas Wayne did to me. To my family. Das war schmerzhaft. Aber es würde noch schlimmer gehen. Das halten wir aus. Nein, so. Das halten wir aus. Lass jetzt endlich mal Alfred in Ruhe. Ich hasse diese Frau hier. Ja. So, sie bekommt schon mal ganz gut auf die Fresse. Jetzt hängt das Ganze hier. Und das finde ich aber nicht so toll, Freunde. Denn jetzt hat es sich wohl wirklich ganz aufgehangen, dieses liebe Spiel. In diesem Sinne geht es weiter, Freunde. Ich habe einen Schnitt gemacht. Und hoffe, dass es jetzt läuft und sich nicht noch einmal aufhängt. Man ist es ja bei Batman gewöhnt. Denn ich hatte ja schon mal eine Episode, wo das Ganze auch so passiert ist. Das Lustige war nämlich, dass das jetzt sogar zweimal passiert ist, bevor ich jetzt wieder weiterspielen konnte. Aber jetzt läuft es auf jeden Fall um einiges weiter. Die Action ist da. Ich glaube, jetzt klappt das Ganze auch. In den ganzen Quick-Time-Events läuft es momentan noch rund. Das klappt alles ganz gut. Der ihr Stab ist eine Katastrophe. Er kann zu viel. Aber der hat gesessen, Freunde. Der hat richtig gesessen. Warum gibt sie denn nicht auf? Wir kassieren auch gut. Die Alte hat schon drauf. Also die kann schon einiges. Alter, wie schnell soll ich das drucken? Hier wird schon gut verbebeld. Aber sie steht ohne Probleme wieder auf. Ganz easy für sie. Weg hier. Nein, 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 nein. Das glaube ich nicht, liebe Vicky. Das glaube ich nicht. Denkt daran, das Gute gewinnt immer. So sind die Regeln. Das sind einfach die Regeln. So sind die Regeln. Ich glaube, du wurdest jetzt selbst begraben. Und wir sollten jetzt endlich schauen, hier rauszukommen. Das wäre wohl das Beste, was wir machen können. Okay, das war ein Kampf, Freunde, mit zweimal Spielabsturz, Katastrophe, eine Woche später. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war aber klar. Das nehmen wir in Kauf, ne? Hm, ich habe es für dich getan. Genauso war das auch. Without you, none of this would work. You are my family. You don't know how good it is to hear you say that. After everything that's happened. And your ear? At least there's something left of it. Dr. Tompkins assured me it adds character. Hahaha, that it does. We will get through this, Bruce. Don't lose sight of the fact that you've done some real good for Gotham. You should be proud. Ähm, was machen wir? Gotham ist jetzt sicherer, das auf jeden Fall. I only hope the peace will last. Das wird es leider nicht. We could all use some peace. To peace. Auf den Frieden, ja. The damage done by the children of Arkham has left Gotham a city in turmoil. Faith in those at the top has perhaps irrevocably been shaken. Acting Commissioner James Gordon has promised to speak out about the issue tonight during an emergency citywide address. And I hope, despite the recent terror that's gripped our city, that Gotham's leading citizens will come out to show their support. Will his token appointment be enough to regain the city's trust? It remains to be seen. But experts agree that... Gordon requested Gotham's leaders to stand behind him. Leaders like you. Let Gotham see who Bruce Wayne truly is. And let them know what you plan to do for his future. Well, this could be a fresh start. For you, and for this city. Though, in Gotham, the only figure that can make as much impact as a Wayne... Is Batman. You've helped this city tremendously. Both as Bruce Wayne and Batman. And that person, whether he dons a cape or not... Is someone I'm proud of. And honored to call my friend. Hmm... Vielen Dank. Das reicht... Ein Dankeschön reicht... Dafür... What do you intend to do about tonight? Well... Lucius has yet to invent a suit that'll let Bruce Wayne and Batman be in the same place at once. That is unfortunate. I suppose you must decide whose appearance will be more valuable. As Bruce, you can help repair the damage done to your name. Get the public support so that you can change things from the top down. But Batman is a symbol of justice and strength. Maybe in these dark times, that is truly what Gotham needs the most. Ach, wir sollen uns also wieder entscheiden. Ich glaube, es stimmt in diesen Zeiten, wir gehen als Batman. Badman will be in attendance. You'll make quite the impression, Gordon will be grateful. In diesen harten Zeiten lieber als Batman. We are currently awaiting newly appointed acting police commissioner James Gordon, who will address the city for the first time in the wake of the terrorist attacks perpetrated by Lady Arkham. I, as acting police commissioner... Da ist wohl jemand nervös... Da ist wohl jemand nervös... Da ist wohl jemand nervös... So... What is it? I wanted to show Gotham that I stand with its new commissioner. Uh, acting commissioner. But all the same, I appreciate it. City's on edge. Tonight can make all the difference. You're one hell of an addition to this lineup. Gothams best and brightest have turned out for this. I know you're not a man of many words. But I'd like to say something to Gotham on your behalf. Is there anything you'd like them to know? Maybe about how you'd like to be seen moving forward? That's what we do. Tell them I stand behind you. You are the hero that Gotham needs commissioner. I hope I don't let them down. You won't. Am Ende wurde gar nichts mehr übersetzt, hm? Da hatte irgendjemand keine Lust mehr. Maybe you're commissioner someday? To have the chance to shape this... I should never be used to that by now. Ja, so macht immer so Spaß. Einfach weg. Einfach weg, Freunde. Okay. Wie geht es denn weiter hier? Ich denke, dass wir bald am Ende ankommen. GCPD! with a who I am, Van Der Werf von Stern. Wie ich sehe. Ich habe auch gesehen, die Mitglied dieser Kommunikation vom um diese Gefahr zu kämpfen. Einer dieser Bürger ist Batman. Er hat mir gesagt, dass ich das Heroin war, die die Stadt braucht. Nun, ich will das leben, aber ich kann es nicht alleine machen. Ich brauche euch auch alle. Lasst Gotham eine Stadt von Heroin sein. Uniert, stark und hoffentlich. Was ist denn jetzt? Vielleicht ist es doch nicht vorbei. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich habe ja Null damit gerechnet, dass hier jetzt zum Ende zu wie noch irgendetwas passiert. Ange-Kommissioner James Gordon hat eine russische Sprache, die sich in eine schockende Verstattung auf sein Leben verändert hat. Batman hat einen kurzen Arbeit des Verstattes gemacht. Oh Gott, es wird schwer sein, das zu überlegen! Aber ich gebe es einen Schuss. Oh, Batman, der Telltale-Serious. Das sieht jetzt so aus. Episode 5, Stadt des Lichts. Das sieht so aus, als wäre es geschafft, Freunde. Das Spiel ist somit vorbei. Du und 46,3% der Spieler warfen, habe es Münze vom Balkon. Ach, da waren wir in der Minderheit. Hast du wel Alfred sein Verhalten und Thomas Wayne gegenüber zum Vorwurf gemacht? Du und 67,8% der Spieler versicherten Alfred, dass er nicht schuld sei. 27,8% der Spieler sagten Alfred, es sei unwichtig, wessen Schuld es sei und dass das Lösen des Problems das sei, was zähle. 2,3% der Spieler machten es Alfred zum Vorwurf, nicht genug getan zu haben, um Thomas Wayne aufzuhalten. Und 2,1% der Spieler reagierten nicht, als Alfred sich selbst die Schuld gab. Was ist mit denen da, Leute? Was habt ihr da gemacht? Dann, du und 91,4% der Spieler sahen in Selina mehr als nur eine Diebin. Ja, okay, da bin ich ja dann zumindest bei der Mehrzahl dabei. Und du und 73,4% der Spieler nahmen ihre Maske ab und erhüllten ihre Identität vor Wiki. Okay, okay, und du und 38,4% der Spieler tauchten als Batman bei Gordon auf. Ach, da sind also auch die meisten dann nicht als Batman gegangen. Naja, ich dachte in den dunklen Zeiten, die Gotham gerade so hinter sich hat. Klicke, um zu sehen, wie du abgeschnitten hast. Naja, dann klicken wir mal. Das Abschneiden wird mitfühlend, okay. Okay, dein Batman-Bruce war mitfühlen. 75%. In der gefährlichen Welt von Gotham wird eine besondere Person gebraucht, um den Zynismus in Schach zu halten, um daran zu erinnern, dass es bei diesem Kreuzzug darum geht, Menschen zu helfen. Gnädig, lustig und teamorientiert waren wir, Freunde. Weiter. Folge Batmans Abenteuern. Okay, das brauchen wir momentan aber eigentlich nicht. Ich möchte den Abenteuern als Comic nicht folgen. Okay, Freunde, das war somit also Batman. Ich weiß es nicht, ob da nochmal etwas kommt. Es war schon eigentlich ganz cool und ich würde es ja immer freuen, wenn Telltale solche Sachen dann auch noch weiter führt. Genauso eben auch wie Game of Thrones zum Beispiel. Ich weiß es gar nicht, was es hier für Videos gibt und Extras gibt. Da können wir eigentlich kurz einmal reingucken. Neue... Neue... Alter! What the hell? So. Hier wurde es ja gerade richtig laut aus irgendeinem Grund, Freunde. Ich gehe hier wieder raus. Und mir stellt es hier gerade... Alter! Moment mal! What? Okay. Aus irgendeinem Grund ist es hier gerade sehr laut geworden, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, wie auch immer. Und bis zum nächsten Projekt. Somit Tschüss! Tschüss! Musik